End night. Ah, bei dem Screen bin ich auch gerade. Schön. Seid gegrüßt, man nimmt Zweige genommen, aber zu unterirden. Neues Livestream-Projekt. Auf Deutsch und später an den Parts auf YouTube. Wir spielen Multiplayer hier. Ich bin der Horst. Wir starten ein neues Spiel. Normal, hard, hard survival, peaceful. Peaceful, wenn man nicht spielen, das wäre langweilig, oder? Können wir, dann wirst du halt direkt, da wäre ich halt direkt anfangen zu bauen. Okay, wir spielen normal. Na dann. Stammt noch ein Spiel, würde ich sagen, oder? Bist du bereit? Aufnahmen gestartet? Oh, halbwegs. Wenn du spielen willst, vielleicht bist du es aufnehmen oder so, keine Ahnung. Also ob ich das aufnehmen würde. Okay. Ich habe doch die letzten paar Aufnahmen. Ja, dann lass es dein Ding. Du hast, du hast noch, du hast noch, das Ding ist nicht hochgeladen. Way out. Das ist noch nicht. Ja. Irgendwann 100 Jahre dann. Gut, na dann, lass uns starten. Ja, dann start auch langsam. Survival. Ja, startest du mal? Ich starte ja schon. Es dauert ja ein bisschen. Datenscreens und so weiter. Hier gibt es noch. Oh, Flugzeug. Ah, okay. Ich habe einen Ladebalken. Ich habe Essen vor mir. Oh, ja, ich auch. Du hast ein Kind, oder? Ich habe ein Kind. Wieso habe ich ein Kind? Bei mir läuft ein Film. Okay. Oh, Fünf-Sterne-Bewertung für, ich glaube, Forrest. Äh, also... Schönes Wetter. Er ist ziemlich wölkig draußen. Ich glaube, ich sehe dich. Mein Sohn hat ein Buch. For Timmy. Survival. Das ist ein Survival-Buch. Oh, guck mal, der hat etwas Tolles gemalt. Ich sehe es nicht. Ich habe mir einen Film angeguckt, der jetzt nicht unten ist. Ach, du Scheiße. So schnell ist es vorbei mit Urlaub. Okay, was für Charakter sind Sie? Das ist jetzt die große Frage. Wir hatten sie. Au. Das war wohl ein harter Aufprall. Wo wüssten du? Äh, ich habe da so einen blutigen Mann vor mir. Hebt da mein Kind auf. Ach, lol. Ich habe schon eine Axt und esse hier gerade. Ich mache hier gerade noch die Zwischensequenz durch. Ach, das sind nur Halluzinationen. Oh Gott. Der hat mein Kind entführt. Aha, okay. Das ist doch mein Kind. Ach so, nee, das bist du, Molly. Hi. Ich habe irgendwie Ameisen an den Händen oder was da los. Äh, Blut. Ich glaube, du spielst auf Low, dass wie Ameisen aussieht. Äh, was für ein Charaktermodel haben wir? Du bist im Moment der dunkelhäutige Typ. Also ich sehe mich nicht. Ich kann mich irgendwie selbst sehen. Aber du siehst mich. Nein, kannst du nicht. Ich sehe dich. Du siehst, ja, ähm, ein anderer Bar. Oh, du kannst du selbst sein. Ich habe den Holzfäller, alles klar. Das ist neu. Da könntest du selbst sein. Ja, wie gesagt, du spielst gerade die dunkelhäutige Person. Aha, okay. Ich weiß, du musst mir mal einen Screenshot schicken. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Okay, dann guck mal her. Gibt es hier einen Spiegel? So. Alles klar. Ich schicke dir. Moment. Ich nehme mir mal mein Essen mit. Oh, nee, das habe ich gegessen. Ja, natürlich hast du das gegessen. Wie kann ich das aufheben? Was soll ich? Kann ich dir irgendwie, kann ich mir das... Hier ist, ich habe einen Vogel. Kann ich mir was zu essen mitnehmen oder so? Nö, aber ich habe es gerade weggegessen. Es wäre doch besser, wenn man was mitnehmen würde. Habe ich einen Momentar und so? Doch, ich habe einen Momentar. Ja, klar, mit E. Boots habe ich. Ich habe dreimal Boots in den Momentar. Hast du die, hast du das Metalltablett mitgenommen von da hinten? Ich habe einen Metalltintray, habe ich mit dabei. Ja, alles klar. Habe ich einen Feuerzeug, habe ich noch und Wolki-Tolki habe ich dabei. Ah ja, Feuerzeug. Und uns drei, ich glaube Alkohol war das oder was ist das? Crafting Ingredient. Lol. Mit Kuh hast du noch einen Voice Chat. Nice. Ja, mach mal aus. Wir haben ein bisschen den Busquot. Habe ich gerade. Ich komme hier nicht raus. Tja. Ich muss, glaube ich, das Spiel an sich für mich mal lauter machen gerade. Ich habe noch was mitgenommen. Hier liegt noch mehr rum. Achso. So, wo ist denn? Ah, ich habe hier noch, ich habe, ich habe Soda-Dosen. Ah, alles leiser. Cool, ich öffne mal ein paar Koffer. Ich habe noch was gegessen. Hier lag noch ein Essen rum. Oh ja, tu das. Die Anzeige ist ja links. Ich nehme Stöcke mit. Und ich gucke mal, ob ich Koffer finde. Ich glaube, mein Marm ist jetzt voll. Medizin habe ich aufgehoben. Hier liegt eine Leiche von einer Frau. Ach, Moment. Da gibt es noch was zu holen. Moment. Gibt es was zu holen? Ja. Ja, Moment. Ich hole... Ja, geht. Moment. Achtung. Ich häute sie. Ja, ich auch. Ja. Das ist das, was am Anfang immer nötig ist. Wir entkleiden sie. Wir tragen übrigens jetzt beide das Stewardess-Outfit. Ah, sehr schön. Hast du mich geschlagen? Du mich auch. Hey. Hey. Wir wollen hier überleben. Gut. Dann brauchen wir jetzt erstmal eine Location. Ich schlage hier weiter auf die Leiche an. Alles klar, ich hole Dinge. Daneben. Kann ich hier den Kopf mitnehmen? Geht wohl nicht. Boah, in die Brust. Aua. So. Mord fängt schon an, sein Haus zu bauen. Ich überlege gerade, was brauchte man für die Steinachs noch? Keine Ahnung, ich spiele das zum ersten Mal. Keine Ahnung, ich frage mich. Ich frage mich eins. Können wir gegen die Eckste irgendwann kaputt oder müssen wir mal weg? Nein, gehen sie nicht. Diesen Koffer? Ja. Ah, C ist Kraft. Gibt's hier neue Klamotten, die ich nehmen kann? Äh, nö, du hast gerade neue Klamotten genommen. Kloff gibt's hier. Äh, ja, das ist Material. Aha. Ich würde gerne was anderes als die Stewardess Outfits haben. Wie kann ich das denn wieder ausziehen? Ich hab'n Stock. Laufen wir jetzt die ganze Zeit ins Tür, das Uniform rum? Ja. Ich hab'n Stock und ich hab'n Stein. Vielleicht kann man daraus was machen. Ich hab'n Stein. Ich hab'n Seil. Ich bräuchte'n Seil. Ach, Moment. Oh, du hast dich geduckt. Äh, ja, ich bin grad im Kuh. Wahrscheinlich weich ich deshalb gerade aus. Hm, Mist. Okay, so kann man sie nicht machen. Was kann man hier mitmachen? Stealth-Risto. Ich hab'n Stock. Hör' mal auf zu schlagen, du machst mir dauernd Schaden. Au. Hör' mal auf zu schlagen, du machst mir dauernd Schaden. Ja, du hast mich grad auf... ... ...knapp über 50% Health gebracht. Warum? Tja. Vor allem muss ich das glaube ich mal auf... Ich bin glaube ich auch auf 50% Health. Ich bin auch wieder ziemlich. Ich such' mal weiter nach Koffern. Oh, ich hab' Panzer-Tape. Ich heil' mich jetzt erst mal wieder. Wir werden hier hinten auch wenn die Team liegen. Ich hab' Tape. Das warten wir nicht mehr. Okay, wir brauchen jetzt erst mal eine Location, äh, wo wir bauen wollen. Oh, ich hab'n Ball. Willst du Ball spielen? Nein. Ich hab'n Ball. Yay. Wo ist Bällchen? Wir gehen jetzt erst mal auf Erkundungstour. Oder soll ich hier schon mal einen Baum fällen? Ich fäll' schon mal einen Baum. Ich öffne hier erst mal Koffer. Da könnten gute Sachen drin sein. So, wo ist der Ball, den ich geworfen habe. Ich hab' Stöcke. Baum fällt. Ich hab' eine Echse vor mir. Ich hab' eine Echse. Oh. Ups. Aua. Koffer öffnen. Okay, ich hab' fünf Steine im Inventar. Und ein Stöcker. Zwei Riegel. Dreimal trinken. Dreimal Alk. Ein Tape. Ein Tape. Feuerzeug hab' ich. Batterien hab' ich. Kleine Steine. Dreimal Medizin hab' ich. Was hab' ich hier? Ein Outfit. Oh. Ich hab' Holz verhärmt an. Ja. Oh. Ach so. Oh. Ja, klar. Warte mal, ich hab' was. Ich hab' hier was für dich. Warte mal ganz kurz. Warte, ich öffne hier noch den Koffer. Du das? Au. Willst du mich umbringen oder was? Ich hab' dich nur mit einem Molotow-Cocktail beworfen. Da vorne ist das Wasser. Bin fast tot. Keine Sorge. Wir werden sowieso super schnell drauf gehen. Ich bin im Wasser. Ich will meine Heilung nicht jetzt. Ich will meine Heilung nicht jetzt schon verschwenden, Mordi. Das ist das Problem. Ich krieg' eh unbegrenzt. Ich hab' null Tag. Ich hab' null Tag überlebt. Also ich hab' hier nur eine beschränkte. Ich hab' nur drei Medizin in mir drin. Ich weiß nicht wie das. Ich weiß nicht, ob ich neue kriege. Cool, ich hab' ein Foto von deinem Sohn. Ah, sehr schön. Ich hab' auch ein Foto von meinem Sohn. Vielleicht sollte ich mal Medizin nutzen und auch ein... Ich bin mir echt nicht sicher, ob das... Ich glaub' ich hab' nen Bug. Ich hab' nur das Foto deines Sohnes. War keine Axt oder sonst was. Bist du sicher, dass du irgendwann Medizin wieder kriegen, oder? Ja, natürlich. Wir sind hier fünf Minuten drin. Im Spiel. Fünf Minuten. Nicht mal. Und wo außer... Wo außer am Flugzeug man mitziehen? Digga, das ist... Du weißt, wie groß die Map von Forest ist, oder? Nö, ich spiel' das zum ersten Mal. Wie lange... Wie lange guckst du im Bug schon zu? Ich kenn' das Spiel... Ich hab' das... Ich hab' das mal irgendwie bei einem Streamer geguckt. Da hab' das mal reingeguckt, dass das mit rausgespielt hat. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Ich hab' bisher nur... Wenn ich... Wenn ich bei anderen Streamern geguckt habe, hab' ich nur das ziehen, um das Flugzeug zu sehen. Das ist halt... Oh Gott. Mit wem spiel' ich dieses Spiel hier? Digga, wer das Spiel noch nicht kennt. Ich verschwende mal einen Molotow Cocktail für dich. Ja, danke dafür. Nicht. Jetzt schwimm' ich hier durchs Wasser und komm' nicht mal hoch. Ja, das ist das Problem. Ich bin halt hier unten gestorben und mein Zeug lag hier. Ich lebe noch. Ich schwimm' jetzt erst mal. Ich hab' kein Essen und 5% Heilung. Ich hab' selbst schuld. Ja. Du musstest mich auch angreifen. Ich bin beim... Ich bin beim Runterspringen gestorben. Ich nicht. Oh, hatt' ich nicht noch irgendwas im Inventar? Ich bin durstig. Ich sollte mal was trinken. Ich schwimm' hier grad durch den Ozean und bin durstig. Sehr schön. Oha. Es fängt an zu gewittern. Es wird vielleicht mal ein Land gehen. Viel Spaß dabei, wo wir hier grad sind. Also, meine Erfahrung nach, bei Wasser... Bei Gewitter. Wasser ist ein bisschen scheiße. Wir sind im Meer. Wenn er irg... Wenn das Wasser so funktionieren würde, dann würde... Dann gäbe es kein Leben im Meer, weil alles sofort vom Blitz getötet wird. Weil stimmt, der Ozean kann es sein, aber... Wasser zieht auch nicht unbedingt Blitzer an. Ja. Ich glaub' da hab' ich... Ich hab' ich geschlafen oder so? Ich glaub' da gibt's ne... Insel da drüben. Wir sind auf einer Insel. Ich hab' ne neue Entdeckt. Ich bin schon so weit geschwommen, dass ich ne neue Entdeckt habe. Nein, das ist ne Küste und ich bin direkt hinter dir. Es regnet jetzt ziemlich laut. So, ich guck mal eben. Hier gab's doch irgendwo... So, ich müsste grad mal was trinken. Ich glaub' ich würde es nicht bereuen. Okay, den Stein kann ich nicht mehr aufheben. Ich muss mal grad'n bisschen... Hm. Die Map haben wir wohl noch nicht. Okay, ich kann mal die Soundtricks... Schildkröten! Keine Schildkröten mehr. Mach' mal grad'n die Soundtricks ein bisschen leiser. Tu das, ich heute Schildkröten. Ah, ich hab' das ultimative Item gefunden. Das ist immer noch nervig. Du wirst mich jetzt schon wieder angreifen oder was? Nein! Nein! Mein Gott, beruhig dich mal! Das Spiel hier ist null Ernst! Hm. Kontrast. Das Soundtricks noch ein bisschen leiser. Möwe! Hey! Ja! Erwischt! Möwenkopf! Nice! Ich hab's noch nicht erwischt. Wird's ja etwa dunkel oder wie? Sollten wir uns mal ein Feuer machen? Ich wiederhole, du weißt, dass das ein Open-World-Survival-Spiel ist, oder? Ja, das heißt, wir sollten uns mal ein Feuer machen. Ja. Am besten am Flugzeug irgendwo. Da sind wir grad am Flugzeug? Nein. Und man sollte niemals am Flugzeug campen, das ist wichtig. Du hast grad abgebrochen. Kann sein. Gute Arbeit. Das ist frei abgebaut. Oh Gott! Mit wem spiele ich das hier? So, jetzt fügt bitte einfach alles, was du hast, ein. Mit E! Nicht mit C! Gibt's noch ein paar Steine? Steine haben. Steine haben wir hier. Steine haben wir hier. Steine haben wir hier noch ein Stein. So. Ja. Mach' wir mal an. Ich hab' ein Feuerzeug. Ja. Wir haben alle ein Feuerzeug. Jetzt kann man eine Partie machen. Ganz gute Arbeit. Ich mach' grad Fleisch. Hab' ich irgendwas essbares? Ne, hab' ich nicht. Ich hab' zwölf Blätter. Ja, ich mach' hier grad was zu essen. Falls du's nicht siehst. Das ist tatsächlich wirklich nicht. Kann ich das Feuerzeug wieder ausmachen? Au. Grenzt. Irrelevant. Jetzt ist schon. Essen ist fertig. Kann ich das Feuerzeug nicht... Nicht D. Mit L. Das hab' ich vorhin gesagt. Okay. Ich hab' gegessen. Ich bin voll. Und nun? Regen wir uns schlafen hier. Wir können gerade kein Bett bauen. Weil wir nicht genug Zeug haben. Weil wir direkt am Anfang gedacht haben... Schlau da jetzt hinzugehen. Ich hab' ich hab' Ich hab' Ich hab' ein bisschen Stoff und ich hab' Holz. Ich hab' sechs Stücke. Hier. Ja, ich muss jetzt erstmal in den Wald. Gucken, dass ich irgendwie hier hochkomme. Okay, ich hab' da... Ich hab' da meine Stücke schon hingepackt. Ich hol' ein paar Steine. Okay, ich hab' irgendwas seltsames gegessen. Ich seh' nix. Ich glaub' die Nacht müssen wir aussitzen. Warte, ich baue grad' das Ding. Wir haben keine Holzstämme. Keine Baumstämme. Dann geh' Baumstämme holen. Ja, würde ich. Wir sind irgendwo unten und ich sehe nichts. Da gibt's. Hier gibt's die Sterne. Ich hab' ne Möwe. Cool. Möwenkopf. Ich hab' nen Weg nach oben gefunden. Na dann. Glaube ich. Ähm. Oder auch nicht. Den Möwenkopf kann ich nicht ablegen. Wechsel einfach auf irgendein anderes Alter oder drücke G. Okay. Es steht doch sogar alles auf dem Bildschirm. Kann man das Zeug... Kann man das... Oh, ich brenne. Ich hab' grad'n Reh getötet. Kann man das Zeug mal vom Feuer holen, damit das nicht anbrennt? Oder... Isst man das dann sofort? Guck drauf und drücke E. Ah, dann isst man das doch sofort. Ja, du kannst die Dinge nur essen. Als ob die nicht verbrennen. Mein Gott, dann esse ich halt das Letzte. Alles gut. Ich hab' hier noch eins. Ich hab'n Reh getötet. Mit 10 nicht oder mit E. Okay. Ich schmeiß' da bitte rein. Schau' mal, Modi. Ah. Ja. Aha. So hast du... Hast du Baumstämme? Nein, weil wir hier nicht hochkommen. Ich dachte, du hast den Weg nach oben gefunden. Ich hab'n Stein. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich das mit dir aushalte, ehrlich gesagt. Das war mein Spruch. Du musst... Du musst lernen, zuzuhören. Bei Dingen. Ich sage, die ganze Zeit, ich guck' nach nem Weg nach oben. Oh, guck mal, ich hab' Feuer gemacht. Das ist... Uns fehlt außerdem noch ein Stock. Wo fehlt uns ein Stock? Ach so. Ja, Moment. Ein Stock und ansonsten brauchen wir noch... Baum. Ja, cool. Wir haben halt keinen Weg nach oben. Wir haben halt keinen Weg nach oben. Müssen wir am Tageslicht noch mal gucken. Ja, ich baue das Scheißding ab. Was baust du ab? Ich hab' auch schon... Der bringt uns jetzt... Meine Stecker und meine... Wir sind in einem Wald. Wenn es von einer Sache genug gibt, dann Holz. Ich glaub' ich wär's lustig. Äh, was? Ja, das ist schön. Du musst es so da in deinem Rucksack haben. Äh... Okay. Das Spiel hat sich abgebrochen. Da bin ich wieder... Das Team läuft aber noch, oder? Ja. Das Team läuft noch. Seltsam. Oh, ich kann jetzt übrigens was sehr cooles machen. Moment. Wir müssen irgendwie eine Wasseraufbewahrungs... Aufbereitungs... Anlage irgendwie bauen. Das kommt alles. Wir sind seit 10 Minuten im Spiel. Ja, meine Getränke sind gleich alle. Dann trinkt nicht so viel. Vielleicht haben wir auch schon genug für was. Ich mein' ich hab' hier eh grad'n Schildkrötenpanzer. Das müsste eigentlich reichen. Das musst du wissen. Tja, hier drüben gibt's keinen Weg nach oben. Da brennt er schon wieder. Pack mal ein paar Stöcke rein. Ich hab' kein Stück, die hast du alle mitgenommen. Als ob die Sachen nicht eins zu eins, äh, wieder rauskommen. Das ist scheiße. Ich hab' keine Stöcke. Die hast du offensichtlich ist das scheiße. Ups. Deswegen hab' ich auch geschimpft, dass du das abgebaut hast. Das ist... Tja. Ich geh' grad' nach oben und sterb' dabei. Gib dein Beste. Ich geh' in der Küste lang und guck' ob irgendwas hier brauchbares zu finden ist. Okay. Wie möglich ist es da hochzukommen. Ich bin oben. Oder so. Ich hab' hier irgendwas mit Wald. Hier ist ein Wald. Guck' ob ich auch Wald finde. Ziemlich düster hier. Ah. Hier ist ein Baum. Cool. Ich sehe absolut nichts. Ich hab' Stecker. Kommfels. snelstack. Cool. Ich glaube ich schwimme. Ich hab' nen Baumstamm. Muss man die einzelnen runtertragen oder was? Ja, muss man. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das wird doch nix. Mir wollten ja auch eigentlich nicht am Strand bauen. Cool, ich glaube. Ich glaube es ist nass und mir ist kalt. Ja, die Quietschen. ich habe ich weiß nicht wie du es geschafft hast nach oben zu kommen aber ich habe es nicht ich muss hier den scheiß strand finden wofür ich die anleitung für die für die runterschlupf bs steht eigentlich alles auf deinem screen b für buch tatsache für stämme brauche ich für temporär shelter ich mache mir schon mal ein haus ja schön ich schwimme immer noch was brauchst du dafür als 90 viel spaß dabei 90 baumstämme per hand dahin zu tragen das doch ganz in der nähe blätter und stücke brauche ich momentan hier schon mal das haus mit modi noch ja schön ich habe hier mittlerweile ganze insel umgründet es wird sogar morgen ich bin den ganzen nacht geschwommen was zu essen habe ich nicht mit dabei wird ein stein essen hier ist ein reh muss man aber erst mal finden und fangen ich bin hier im ganz großen wald ich habe land gefunden ach du scheiße das rennt ja noch ich habe das ich habe das reh halb geholtet und das rennt noch weiter ich bin fast verhungert hier ich brauche mal irgendwas zu messen ich glaube ich habe mich auch verirrt und weiß nicht mehr wo meine putze ist ach da hinten das verhungert kann ich jetzt weg packen das einzige kritische wäre jetzt noch essen was kann man dann kann man irgendwie kommen medizin du kannst finden kann man beeren irgendwie essen oder so ich habe ich müsste es auch noch medizin haben medizin macht mein nagen nicht voll kocht ihr was ich habe drauf gefunden geht da doch mal rein das sind bestimmt sehr nette leute der games körper jetzt ist gut hier bin du es sagst dann geht da nicht rein ich brauche ich für die schädel achse oh hier gibt es was zu essen hey das sind wohl giftige bären besser als nix und ich bin tot warum hier mein kleines bett und mein kleines haus versuch dabei nicht zu fangen vielleicht fange ich irgendwann auch mal weh du sagst das geht mit einem sperren sollte mir vielleicht mal ein sperrkröften das grundgerüst steht schon was ist denn das für eine scheiße dass man die axt nicht mehr hat und das ganze erster nicht mehr hat wenn man erste nacht überlebt achievement cool ich dachte erst mal cool ich werde angegriffen ich werde angegriffen das ist nicht gut ich sollte mal ein sperrkröften wie sagtest du ich sollte hier abhauen wo sind die waffen wo finde ich den sperr und ich bräuchte das eventuell jetzt mit uns verteidigen ich finde es ja du findest schon raus wie ein buch funktioniert ja aber das ist ganz schwerer drin du gehst ins inventar du drückst auf irgendwas dann gehst du es ist eine anleitung fürs kraften drin in dem scheiß buch ja aber da ist nichts fürs es ist eine allgemeine anleitung wie du dinge kraft da drin ich glaube ich habe dein blutiges reh gefunden gerade dann bist du ja ganz in der nähe ich bräuchte mal dringend einen sperr ja und ich habe keine axt mehr ja gut dann musst du halt mit axt kämpfen die werden mich umbringen die sind an deinem haus 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 Vielen Dank.